Sehr geehrte Auszubildende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrer Ausbildung bei Gronis. Wir denken ein guter Start für Sie in einen neuen Lebensabschnitt. Heute beginnen 80 Auszubildende, und zwar jeder Berufskolleur. Und dabei ist es uns wichtig zu erwähnen, dass wir nicht nur Ausbildung in Deutschland haben, sondern das auch international betreiben. Wir sind besonders stolz auf unsere Ausbildungen in China, USA und vor allem in Afrika. Wir sind in Kenia einer der größten Ausbilder. Es zeigt auch, wie international Gronis ist und was Sie in Ihrem Berufsleben eventuell bei Gronis alles tun können, nicht nur hier in Deutschland, sondern rund um die Welt. Und an dieser Stelle auch mein großer Dank an alle, die das ermöglichen, bei uns im Unternehmen, die, die ausbilden und die, die die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen, so dass Sie als Auszubildende nachher auch eine optimale Ausbildung genießen. Mein ganz besonderer Dank auch an unsere Ausbilderinnen und Ausbilder, denn die Ausbildung bei Gronis genießt einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und wir haben ja regelmäßig Preisträger bei den Auszubildenden in Deutschland. Und das zeigt, welches Niveau wir im Unternehmen schaffen und vor allem schaffen müssen, damit wir mit unseren komplexen Produkten zukünftig erfolgreich sind.